Die Grundlage der Verhaltenstherapie wurde beschrieben in der Verhaltensgleichung nach Kanfer, nach dem sogenannten Sorgmodell. Dabei handelt es sich um die Bezeichnung von einigen Faktoren, die mit dem Verhalten zu tun hat. Und da haben wir zunächst einmal den Faktor S, das ist der Stimulus. Der Stimulus ist entweder umweltbedingt, das heißt es gibt in der Umwelt bestimmte Konstellationen von Personen, von Bedingungen, von Anforderungen, die in eine problematische Empfindung hineinführen. Oder der Stimulus kann sein der Auslöser, ein bestimmtes Geräusch, ein Geruch, eine bestimmte Situation, die Anwesenheit einer Spinne. Und damit, durch diesen Stimulus, wird eine Reaktion in Gang gesetzt. Aber nicht einfach nur so, sondern zwischen dem Stimulus und der Reaktion, die dem R entspricht, haben wir einen weiteren Faktor, das ist der Faktor O. Und dieser Faktor O bezeichnet den Organismus. Wir können heute sagen, der Organismus im weitesten Sinne. Zunächst einmal, der Organismus ist ja einfach nur unser Körper. Der Organismus ist allein schon damit individuumspezifisch. Das heißt, es gibt Menschen, die sehen einen hohen Berg und spüren in den Beinen das unbedingte Bedürfnis, diesen Berg hinaufzuklettern. Das ist ihr persönliches Dasein in der Welt. Aber erkennbar ist in dieser Organismusdefinition auch schon diese Konstruktion enthalten, die wir als Gesamtheit des seelischen und geistigen Gleichgewichts bezeichnen. Das heißt, das, was wir als Organismus bezeichnen, individuumspezifisch, betrifft nicht nur meinen Körper mit seinen Reaktionen, sondern auch meinen Geist und meine Seele mit ihren Reaktionen. Und damit haben wir als Faktor den Faktor O, der zwischen dem Stimulus und der Reaktion vermittelt. Die Reaktion ist das, was ein Individuum entweder als positiv oder negativ empfindet. Die Reaktion, das ist einfach das, was passiert, wenn mir jemand eine Scheibe Brot hinlegt, dann beiße ich rein. Oder ich lasse es sein, wenn sich auf der Scheibe Brot etwas befindet, was ich nicht mag. Einfach nur die Reaktion oder das Symptom. Diese Reaktion ist auch schon das Symptom, wenn es sich um eine Reaktion handelt, die ein Mensch nicht schätzt. Dann ist die Reaktion symptomatisch. Das heißt, ihm bricht der Angstschweiß aus. Das heißt, er muss bestimmte Handlungen wiederholen. Und schließlich mit einem etwas längeren Pfeil dazwischen haben wir K und das ist die Konsequenz. Was resultiert aus meiner Reaktion? Das heißt, ein Stimulus löst bei mir ganz individuell eine Reaktion aus. Und nun nehmen wir einmal an, die Reaktion ist symptomatisch. Die symptomatische Reaktion wird von meinen Leuten, meinen Partner, meinen Eltern, meinen Kindern, meinen Kollegen und so weiter registriert. Und meine Leute verhalten sich meiner symptomatischen Reaktion entsprechend. Das heißt zum Beispiel, ich habe Angst, mit dem Schulbus zu fahren. Also fährt mich mein Vater mit seinem totschicken Auto in die Schule. Nun, zwischen der Reaktion und der Konsequenz gibt es einen weiteren Faktor und das ist das Kontingenzverhältnis. KV, das ist das Kontingenzverhältnis. Und dieses Kontingenzverhältnis ist im Grunde die Antwort auf die Frage, wie muss ich reagieren, um zu welcher Konsequenz zu geraten. Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben. Ein Kind spielt auf dem Spielplatz, die Mutter sitzt am Rande, das Kind tollt herum, stolpert über seinen Fuß und fliegt hin. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Kinder in dem Moment, wo Ihnen etwas widerfährt, zunächst einmal nach dem Gesicht der Mutter schauen, um zu gucken, wie Mama denn reagiert? Und wenn Mama erschreckt aussieht, dann denkt sich das Kind, dann muss es wohl schlimm gewesen sein, was mir eben widerfahren ist und fängt also an zu weinen. Das heißt also, das Kontingenzverhältnis beschreibt das Verhältnis zwischen Reaktion und Konsequenz oder anders gesagt, wie muss ich reagieren, um zu welcher Konsequenz zu gelangen. Muss ich zum Beispiel über Angst, über Schreck, über Weinen reagieren, um Fürsorge zu erhalten oder muss ich mit mannhaft, tapferem und indianischem Gesichtsausdruck jeden Sturz überstehen, um Belobigung von meinem Vater zu erhalten. Das heißt, das Kontingenzverhältnis checkt ab, testet ab, die Beziehung zwischen dem Verhalten und der Konsequenz. Was passiert, wenn ich so reagiere? Und damit haben wir in der Verhaltensgleichung nach Kanfer einen weiteren Faktor, das heißt die innere Aufrechnung sozusagen. Schauen wir uns zwei, drei kleine Beispiele an, die uns dieses Sorgschema etwas genauer erläutern können, damit wir verstehen, worum es geht. Ein Patient reagiert, er, mit Angstzuständen und bestimmten organischen Symptomen, wie zum Beispiel Blutdruck, Anstieg, Zittern, Schweißausbruch, auf den Stimulus Straßenbahnfahren. Das hat zur Konsequenz, dass dieser Patient von seinem Partner mit dem Auto zur Arbeit gefahren wird, was für den Patienten selber natürlich sehr angenehm ist. Es könnte aber auch anders sein. Es könnte zum Beispiel sein, dass der Junge mit Angst und Übelkeit reagiert auf das Fahren im Schulbus. Das Nachfragen ergibt, es passiert nichts Besonderes im Schulbus. Es hat nur irgendeine dumme kleine Reaktion gegeben und er wird nun von seiner Mutter mit dem Auto zur Schule gefahren, was für ihn unangenehm ist. Es ist durchaus vorstellbar, dass es für einen Zehnjährigen unangenehm ist, von der Mama in die Schule gefahren zu werden. Oder auf den Stimulus Grillgeruch reagiert ein Mensch organisch mit Übelkeit und Unbehagen und die Konsequenz daraus ist, dass er nicht mehr an Grillpartys teilnehmen kann und das hat für ihn unangenehme Konsequenzen. Schauen wir uns ein Beispiel an, das mehrere Interpretationen zulässt. Ein Beispiel, das Sie und ich kennen. Ein Stück Brot oder eine Speisekarte als Stimulus löst bei einem hungrigen oder bei einem satten Menschen jeweils unterschiedliche Reaktionen aus. Wenn dieser Mensch hungrig ist, dann wird er auf das Stück Brot auf den Stimulus mit dem Verlangen reagieren, nach diesem Brot zu greifen und hinein zu beißen. Nun nehmen wir an, wir haben nicht das Stück Brot, sondern die Speisekarte und auf der Speisekarte stehen die Preise, 17,90 Euro und der Mensch, der hungrig ist, hat aber kein Geld. Nun könnte er zum Beispiel Zechprellerei betreiben, was für ihn allerdings mit gewissen Risiken verbunden ist. Das heißt, wir haben hier mit diesem sogenannten Sorg-Schema die Beschreibung von Stimulus oder Reiz über den Organismus und das Individuum zur Reaktion und zu den bekannten oder gefürchteten Konsequenzen. Geräusche